Bei der International Amorit Vehicle Konferenze JAF in London hat der Leiter des spanischen Direktorats für die Beschaffung von Waffensystemen, Brigadegeneral Francisco Javier Romero Mari, über die Einordnung und Fortschritte des Rüstungsprogramms Dragon berichtet. Das spanische Heer befindet sich in einem umfassenden Transformationsprozess zum Heer 2035. Darin wird die Brigade 2035 realisiert, die neben einer neuen Struktur auch mit neuem Gerät ausgestattet wird. Als herausragende Beispiele nannte Romero den Pionierpanzer VCC, Vehicolo DE Combate DE Zapadores, Castor und das Mehrzug-Unterstützungsfahrzeug auf Kette FAG, Vehicolo DE Apoyo A Cárdenas, beide auf Basis des Schützendpanzers Pizarro, sowie den Radpanzer VCA, Vehicolo DE Combate Sobre Ruidas, Dragon auf Basis des Piranha V. Die Auslieferung der gepanzerten 8x8-Radfahrzeuge Dragon für die spanischen Streitkräfte hat mit Übergabe der ersten Fahrzeuge kurz vor Jahresanfang begonnen, Esud berichtete. Spanien hat nach Aussage von Romero in der ersten Phase 348 Dragon bestellt. Davon sollen 219 Stück als Infanteriekampffahrzeuge, 49 als Pionierkampffahrzeuge, 14 als Führungsfahrzeuge, 8 für vorgeschobene Beobachter und 58 als Aufklärungsfahrzeuge konfiguriert sein. Nach den 7 bereits 2022 ausgelieferten Fahrzeugen sollen in diesem Jahr 34 Fahrzeuge folgen. Im nächsten Jahr sieht der Lieferplan 71 Dragon vor, 2025 sind es 90 und 2026 wird mit 94 Stück die höchste Auslieferungsrate erzielt. Den Abschluss der ersten Phase bilden 52 Fahrzeuge im Jahr 2027. In der zweiten Phase will das spanische Heer 365 Dragon bestellen, zur Auslieferung in den Jahren 2027 bis 2035. Die 288 Fahrzeuge der dritten Phase sollen ab 2035 ausgeliefert werden. Danach kann das Heer etwa ab 2040 über insgesamt 1001 gepanzerte 8x8 Dragon verfügen. Dann sind die vor wenigen Wochen ausgelieferten ersten sieben Fahrzeuge schon fast 20 Jahre alt.